hey leute und wir kommen zu einem weiteren ev echoes video heute ein ganz wichtiges denn wir uns erstellen unsere kooperation beziehungsweise eine gilde everdor bist du bereit ich bin heiß aber sowas von leute das wird krass habe ich mich doch zu entschieden die gilde auf pump zu kaufen bin ich habe neben kredit auf da das für mich eine sinnvollere investition ist prinzipiell gesehen als jetzt einfach 200 millionen raus zu ballern habe ich nur 22 nur und b aber es ist einfach viel zu viel geld was man anders nutzen könnte das ganze kann man nämlich refinanzieren man muss einfach mal jetzt muss ich drei millionen abdrücken und die restlichen 220 millionen muss man innerhalb von ich habe es verkauft da kommt ja schon rein das geld die nächsten 220 millionen müssen von drei monaten besorgt was echt lang ist also das geht verdammt viel schneller in zwei wochen würde ich sagen ist das fertig das ganze wird finanziert dann könnte auch links lesen dadurch dass leute im steuern zahlen sowie in allen anderen korps wenn du keiner anderen beitritt zahlst du zehn prozent steuern immer du bist leider im spiel wie im echten leben nicht steuerfrei sondern scheiße das tut auch ein bisschen wie ja und das hat uns gedacht wir müssen es endlich mal die gilde erstellen damit das geld nicht irgendwo hin verschwindet sondern in den gilden pot reinkommt dem später für dinge nutzen werden aber zuerst mal wenn wir so machen wir eine steuer auf 15 prozent heben bis die 220 millionen abbezahlt sind das passiert eben wie gesagt durch die steuern die er abgezogen bekommt beim kopfgeld und so weiter und danach wird es auf zehn prozent runter gesenkt genauso als wer dir in keiner gilde also da haben wir keine angst und es ist sicher schon abbezahlt man kann auch spenden und den betrag schneller loszuwerden ja und das war es erstmal wir erstellen mal immer da oh mein gott oh gott müssen zeichen auswählen jetzt geht er an die erstellung oh mein gott ist irgendwann hase ich wollte gerade sagen sie schlechter wir brauchen doch das einhorn ich weiß ja nicht wir gucken mal kurz leute so leute nachdem ihr gefühlt 50 minuten jetzt rumgerätselt haben was wir eine flagge nehmen das ist das offizielle zeichen der neuen gilde den namen ihr gleich erfahren wird immer da sind zufrieden oder gehen rein auf jeden fall perfekt sagt sie noch einen korb namen und ein korb kürzel das drehe ich jetzt mal in ruhe ein so leute da ist unser offizieller name die teno teno wirken aussprechen ist rabbits abkürzung kürzel tera also ihr habt auch vor eurem namen so wie ich stehen dann tera blick zum beispiel teno rabbits kommt von ein bisschen von warframe da gibt es ja die tenos weil sie das von euch kennt habe ich knapp 1000 spielstunden drinnen war geil ist auch so ein weltraum abenteuer kann man es schon nennen und teno bedeutet auch herrscher beziehungsweise himmlischer herrscher und da wir ja so ein bisschen vorhaben das universum für uns zu beanspruchen passt dennoch rabbits ganz gut rabbits natürlich ne weil black rabbit wir sind alles hasen ist klar weil ihr seht es kostet mich jetzt drei mille ich drücke drauf immer da bist du bereit wir sind bereit bämm drück drauf ne ist drei mille oh gott halt mich so leute und jetzt ist der zeitpunkt gekommen wo ihr euch bei uns bewerben könnt geht einfach ein in der such vor laufe such lauf um bei gillen bei kooperationen teno rabbits und dann erscheint ein feld mit dem plus bewerben können leute da unbedingt habt ihr 80 zeichen zur verfügung schreibt rein was dein derzeitiger deine aufgabe ist im spiel bist du gerade jemand der sowie wir mission grant also alle missionen abfarmt in der nähe bist du jemand der meint also abbaut astroiden bist du jemand der gerne sachen kraftet wie unter anderem raumschiffe und so weiter dann bist du gern bei uns gesehen pvp werden wir auch noch machen aber erst mal nicht wenn wir angegriffen werden greifen natürlich zurück an bedeutet du solltest jetzt kein pazifist sein sondern du solltest schon in den raumschiff steigen wollen und angreifen wenn es sein muss wenn wir uns im krieg befinden weil sozusagen hoppelnde hasen die davonlaufen bringen uns nichts aber uns geht es erstmal nicht darum jetzt irgendwie alle anderen kooperationen den krieg zu erklären und auszulöschen sondern erst mal ganz in ruhe die ganzen missionen abzufarmen zu looten zu meinen zu kraften hat auch dann mit den gillen sachen und so weiter so weiter aber in zukunft wird es am programm stehen dass wir auch mal ein bisschen was weg klatschen müssen ne warte ja das bleibt auf dauer wohl nicht aus nein nein also irgendwann wird es wie soll man sagen sogar das universum ein bisschen zu klein da müssen auch wir expandieren sagen wir mal so ja wenn wir in slow sack wollen dann müssen wir auf jeden fall was machen die gillen die korps die kooperation wie man das nennen willst befindet sich erst mal in ali cara da wird unser büro sein kann sein dass wir in zukunft mal umziehen in den low sack also in den bösen gebiet erst mal sind wir aber nur im high sack also im sicheren gebiet wo ich nichts passieren kann wo polizei ist und so weiter und so weiter ähm leute wenn ihr übrigens der gilde beigetreten seid müsst ihr unserem discord beitreten nur so kann man sich natürlich absprechen um missionen zu machen also chatten oder halt quatschen wenn ihr lust drauf habt den discord link bekommt ihr erst sobald in der gilde darin seid entweder dann privat also sozusagen intern in der gillen beschreibung falls es sowas gibt wir müssen gucken oder sonst halt im gilden chat damit er nicht jeder rein kann in diesen speziellen disco der nur für die tenor rapid sein wird und wir planen nicht auch in zukunft dass man also abende machen wo wir gemeinsam ein bisschen meinen fliegen wo natürlich nicht jeder meinen muss ihr könnt auch mitkommen und uns beschützen zum beispiel neuer oder geht auch genau wenn wir gerade vor piraten oder halt niedrigeren gebieten wenn wir das mal machen weil im 0 sektor umso niedriger umso besser wisst ja ist der lud da kann es immer passieren dass spieler meint die klatsch ich weg dann klatscht man durch ihn weg und fressen auf aber ich glaube immer da wir haben alles erwähnt Bewerbt euch wenn ihr producer seid dass ihr was produzieren wollen Bewerbt euch wenn ihr meiner seid, bewerbt euch wenn ihr wie wir mission runner seid oder ihr seid radar bedeutet ihr fliegt immer im 0er gebiet rum oder noch tiefer und fahrend halt und so weiter und so weiter bewerbt euch gerne bei uns tenor rapids eingeben und reinschreiben und berichten die bewerbung Was ist derzeit eure aufgabe was tust du gerade beziehungsweise was hast du vor zu werden vielleicht bist du gerade jemand der Abon rum fliegt was abschießt willst aber mal meiner werden dann schreibt das halt unbedingt in die bewerbung rein ich wünsche euch viel glück viel erfolg beim beitreten ich werde jetzt hart erforschen dass wir umso mehr mitglieder aufnehmen können aber bisher ja es wird das limit dann ja ich sehen was und derzeit verfügbar ist ich forsche weiter damit insgesamt ich glaube 200 plätze werden können wir gesehen habe wir gucken mal und ja viel spaß leute wir freuen uns auf euch bewerbt euch im game und der eber dort wir sehen uns beim nächsten mal wieder Ja bis zum nächsten mal heute haut rein abonniere vergessen um mich zu überpassen und tretet der krassesten deutschen korps bei rein bis zum nächsten mal und Ja bis zum nächsten mal